Moin Und wenn ihr Eurohaken ne habt, dann was ihr zurvehen? Ich habe gerade einen Eurohaken. Einen schönen guten Eurohaken. Der ist in diesem demeer. Der ist in diesem Szenen. Einen schönen guten Eurohaken, Der ist in diesem Szenen. Heiliger atención, in diesem Szenen zu befreien. Wir haben die Hoffnung. Wir sind im Anteil'm, das ist in der Mitte.